So, diesmal zur letzten Mission des ersten Aktes. Am Start hier. Und dann können wir nochmal aufheilen. Ich hoffe, wir haben hier etwas besseres diesmal dabei. Hier haben wir auf jeden Fall einen Revolver. Ich glaube, ich bleibe bei der Diegel. Dann noch Molly. Bisschen Moni. Ja, und der Rest ist, glaube ich, egal. Drei. Hm. Ja, nenne ich nochmal zwei Munitionszeichen mit vor sich selber. Und ich bin raus. Da unten wird gleich wahrscheinlich die Eckschack gehen, so wie es aussieht. Der war runter. Gesprungen. Oh, 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 oh. Jeder. Ach, stimmt, ja. Die Haubitze lade. Wir brauchen den Munitions wieder. Ja, jeder. ich erinnere mit genau da rein ja richtig das geht auch noch cover me Ich bin da rein da. Und Feuer. Ja, du darfst doch den Kranadier wieder rausnehmen. Nein, 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 nein. Da haben wir andere Leute, die machen das alle eben. Oh, da oben kommt der riesen Ogre wieder angebot. Laufen. Also. Weg damit, feuern. Und noch eine Spügel rein. Gott wird gemacht. Wir haben immer noch den Ogre. Oh, Mann, oh Mann. Wow. Oh, kein Ogre. Gut für Ogre. Gut für Ogre.